Informiert über Volk und unsere Branchen. Schreibt mindestens vier Fragen auf, die zum Volk, aber auch zum Profil nichts noch sehen. Gibt es Gespräche mit Kollegen, Eltern oder Lehrern? Oder vor dem Spiegel? Einen Tag davor machst du die Sachen parat. Notizbock, Lehrsteller, Bewerbung, Einladung und Entstift. Schaut, dass du ein geflechtes Erscheinungsbild hast, nicht zu viel Paufen und Make-up. Der Plan bringt Zeit für deinen Anfahrtsweg. Falls doch etwas passiert, kontaktierst du sofort deine Ansprechperson. Erzähl etwas über deine Stärken, aber auch etwas über deine Schwächen. Du musst keine Angst vor kritischen Fragen haben. Du hast dich ja schon gut vorbereitet. Falls du doch nicht eine Frage beantworten kannst, ist es nicht schlimm. Du bist einfach ehrlich. Bleib immer positiv und sachlich, egal wie die Sprache ablaufen. Stell die Sendung vom Sprach im Flugmodus oder auf lautlos. Immer aufmerksam bleiben. Mach deine Notizen, bei Unklarheiten, Ein- und Anfragen. Zeig Interesse offen und ehrlich. Du dein Gespräch nie selber beenden. Dann mach dein Gegenüber. Merk dir den Namen bei der Begrüssung. Schreib dir am besten auf. Ach so, hast du dich bitte verabschieden. Gebirgprodukt. Malen. Gebirgande. Malen. Keir.